Spitzhacke Okay, ich hab ihn einmal geschlagen Komm, lass einfach auf beide drauf gehen Oh, ich hab ihn gut gecombat, Alter Combo des Todes Und Er darf nicht runterspringen Ja, er darf nicht runterfliegen Okay, bist du bereit? Hey Freunde, Fix hier Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Sky Wars Wir spielen heute zusammen mit dem Tom Hallo Tom Hallo Fix Mann, ich mach immer so schöne Begrüßungen Und du sagst gar nix, Alter Ich hab mich gerade verschluckt Ich hab den ganzen Sperma oder was? Schon mal hier für dich? Hast du mir die Kiste leer gemacht oder es war da nix drin? Ne, ich hab sie gerade leer gemacht Oh, ich hab ne Ja, Hose Okay, ich hab mir einen neuen Bildschirm gekauft Ich weiß nicht, ob man es in der Aufnahme sieht Es ist endlich ein Full HD Bildschirm, aber Keine Ahnung, ist die erste Aufnahme, die ich damit mach Und ja, ich bin mal gespannt, ob man das überhaupt sieht Ich vermute kaum HDTV HDTV ByFix ByFix Ich müsste so ein Special Video machen, ey HD Video Oh ja, ja, das war eben Ja Oh, du wirst sehr echt lustig Okay Du hast jetzt nicht gespielt oder so Stell dir das mal vor Du machst so ein Werbevide, so ein HDTV Der neue LED Display von ByFix Okay Kommst du rüber, Digga? Ich hab mich gerade rüber gebaut zu meinen Nachbarn Ich bin mir nicht so richtig sicher, ob ich jetzt das Die Diazeug noch Das Diazeug noch nehmen Wegen dem Schwert Der hat ne Angel, Alter Der hat ne Angel Ähm Welches Diazeug? Gut, also du sagst jetzt Es sind ja noch Hier unten sind ja noch Diaz zum Abbau Hast du eine Spitzhacke? Arschleck Ja, aber ich hab jetzt Eisen abgebaut Und dachte mir so, ich schmelze es Ja komm, Arschleck, wir gehen jetzt da rein Fertig, bam, bam, bam Einfach drauf springen, einfach drauf springen Wir gehen auf den mit Full Tier Oder halt fast Full Tier Oh Gott Oh Gott, bleib unten stehen Was, du bist du? Nein, ich hab ihn gerackt Nee, ich hab den eingereckt Den anderen auch Pirro, Alter, du Pisser Warum? Oh, da kommt noch jemand Nein Ich bin durch Okay, bis gleich Mach schnell, du schneidest eh nicht Du bist zu faul Du vergisst es Ich schneide es schon Nee, machst du nicht Machst du nie Nie Immer Nie, Ficks Nie Doch, immer Aber ich weiß gar nicht Ob ich drauf geachtet habe Jawohl, ich hab mich auf die Schmerzen Nein Oh, doch, doch, doch Ich muss das noch Nein 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 So, das sind wir In der zweiten Runde Tom eskaliert mein Völligs Video bei Jump'n'Run Oh, du willst dich doch gerade so Geil, geil, geil Das darfst du nicht sein Ich schaff das Okay, ähm Ich schau mal Okay, ich kann ein Diaschwert machen Ah, nee, ich kann noch ein Diaschwert machen Oh, das ist eine neue Map Unten gibt's eine Schutz zwei Eisenhose Hast du die schon? Ich habe eine Diaschhose Schutz eins Ah, ich mach uns zwei Diaschwerter Hast du Blöcke, wo ich mich rüber... Oh, da kommt jemand Ja, warte, ich mach dir ein Schwert Wo kommt der? Hinter dir, genau Okay, ist der schon da? Passt Schau mal für dich Die bauen sich hoch Okay, ich versteck mich Oh, die werden runtergeworfen Nee, doch nicht Oh, kann er nicht treffen, Alter? Ja, ich glaube, ich zu dumm für die Welt Der ist echt verdreht, Alter, mit seinen Highestern Aber jetzt, wir brauchen ja jetzt auch nicht rüber Warum nicht? Ja, wegen den Schneebellen Oder hat er die alle verschossen? Jetzt schon Okay, jetzt ist die Frage Warte, warte, warte Ich muss provozieren, bis er die Schneebellen alle verschießt Warte, warte, warte Jetzt rüber einfach Zack, zack Warte Ja, willst du echt drauf? Ja, komm Lass rüber, oder? Nee, der ist da oben Scheiße Ich hab ein bisschen Angst, Alter Oh, komm, komm, komm Ja Warte, ich schub sie runter Nice Nice, GG Komm, schnell, komm, schnell Oh, Alter Oh, Alter Das Problem ist jetzt einfach, dass ich Was ist besser? Lass mal da rüberbauen Lass mal da rüberbauen Ah, Schutz 2 Oder sind Ketten verzaubert Nee Nee, dann Goldstiefel Da kommt jemand zu uns Ich glaub, er hat mich nicht gesehen Oder? Mich auch nicht Ah, verdammt Oh Gott, ich Alter, ich muss mich erstmal dran gewöhnen Ich spiel mal wieder im Vollbild Und meine Facecam ist weg Okay, ja, komm runter Ciao Hab ihn Nice Alter, was ist los? Was ist los mit dir? Boah, Alter, ich hab jetzt echt einen guten Tag Oh, ne Witz Wir zerreißen alle, Alter Ich hab mich damit abgefunden, dass ich keine Freunde mehr hab Und jetzt läuft's Ich hab keine Freunde mehr Okay, dann Hier, pass auf, warte, warte, warte Bin ich mal der Beste in Minecraft Oder so Boah, warte, den kriegen wir, den kriegen wir Ja, natürlich Willst du den diesmal? Ah, nee, warte Warte, warte, nein Du hast es skaliert, Alter, völlig Pass auf Nein, nein, nein Nein, ich reche dich Okay, ich hab dich gerechnet Echt? Ja Nee, ich hab ihn getötet Der Piss Oh Gott Ohne Witz Ich bin nur vorbeigesprungen Aber ich versteh Skywars langsam Gut Skywars ist einfach nur Runterschmeißen Ist da jemand unten, Alter? Hallo? Nee, doch nicht Ich schau dir zu Okay, ich mach mich Ja, okay, schauen wir mal zu Hallo, Tom Hallo Ich glaub du siehst mich nicht Jetzt bin ich wieder in dieser Scheiße verbuggt hier Ich schlag dich grad Hinter dir Okay Oh, Alter Oh, der kommt drüber Hat er mich gesehen? Hm, keine Ahnung Dum, 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 dum Nee, ich glaub nicht Der baut sich einfach so Nee, der baut sich hoch Der baut sich hoch Du bester am Pesser, ey Nee, warte, ich war besser Schick, schick, schick Warum? Ja, der kommt Warte Jetzt, jetzt Ah, das war zu früh Kommt Komm doch, Rania Ich schau dir auf deine Fresse, Alter Boah, der hat ein verzaubertes Tier schwer Ich bin tot Ja Halbes Herz, Alter Tom Also das war nice Die Runde war gut Die hat mir gefallen Ja Machen wir noch eine dran Bis gleich, tschüss So, da sind wir wieder Dritte Runde Und schon wieder ist die Kiste leer Wir lassen das mal unkommentiert Ich hab einfach nicht genug Coins Okay Wie viel nicht genug Das ist erstmal zweitens Aber es sind auf jeden Fall Okay, fünf Dias Eine Enderperle Bist du irgendwo eine Workbench? Ich spiel übrigens das Enderman Kit grad Ähm, ich glaub nicht Ich weiß es nicht Ich hab drei Eisen Wir könnten die Dias abbauen Ich hab zwei Dias Also wär gut Okay Ja, ich hab fünf Dias Wir können beide Schwerter machen Hast du ne Rüstung für mich? Ich hab Dier Helm Gold Irgendwas Ich hab noch ein Goldhelm Bau mal ein Holz ab mit deiner Axt Brauch ich nicht Hast du ne Brust für mich? Ne, leider nicht Ich spiel nämlich grad das Knüppel Kit Hab ich glaub ich schon gesagt Ach Holz ab Holz mit Holz Ja, bau mal Holz ab Axt Axt Ja Dann mach ich uns beiden ein Dias Schwert Oder ich Ja, ja Du hast selber Dias, ne? Ja Okay, dann baue ich nämlich die Dias ab Zack, du kriegst ein Stick von mir Ähm, so Und dann machst du dir selber ein Schwert Weil dann baue ich mir noch die Dias ab Und mach mir eine Diabrusplatte Okay Damit ich auch ein bisschen geschützt bin Bin ich eigentlich völlig behindert So, werfache Tank der Heilung Dies, das Essen, Steine Mhm Okay Steine, mhm Essen, Steine Alles klar Tom ist Steine Kann man natürlich machen, aber Steine Andersrum wär besser gewesen, ne? Steine essen Ja Weißer Steine essen, alles klar Ich hab noch nen Wassereimer Auch gut Kommen die? Ne Wasserimer ist gut Damit kannst du dich retten in Skywars Ziemlich gut Hm Falls er dich runterballert Dann, ja Okay Ich muss das nochmal ganz kurz hier Okay, so So Ich bin Music endern, Alter Hoch die Hände, Wochenende Party feiern ohne Ende 90% hat nen Ohrwurm So, lass mal da rüber gehen Ist doch wirklich schlimm, ne? Ach, richtig schlimm Warum baut man denn überhaupt sowas? Warum baut man hier Holzdinger Und dann in der Mitte Diaerz? Keine Ahnung Die Frage einfach nicht Schau mal, hier ist ne Brustplatte für dich Heiß auf Brust Scheiß auf Brust Einfach drauf Komm einfach drauf hier Knüppel ihn weg, Alter Alter, wir dürfen ihn nicht runterhauen Nicht runterhauen Der hat gut ausgerüstet Ja, pass auf, aber Ah, du Spastier Der tötet uns Alter, ja Ich sag's dir Warte kurz Bist du drin? Oh, ich dachte schon Jetzt brauchen wir nur noch Lava Warte, ich hab ne Spitzhacke Okay, ich hab ihn einmal geschlagen Komm, lass einfach beide draufgehen Okay Oh, ich hab ihn gut gekombat, Alter Kombo des Todes Und? Er darf nicht runterspringen Oh, ja, er darf nicht runterfliegen Oh, oh, ich komm nicht Oh, er versucht mich runterzuballern Oh Gott, ich hab ihn auch gut ge... Oh, mein! Nein! Ich, ich schmeiß ihn runter Dieser Spast! Oh nein, Tom, du bist tot, ne? Der Typ hat mich aggressiv gemacht Und du? Scheiße, ne, ich leb noch, ich leb noch Ich hab ihn runtergeschmissen Ohne Witz hätten wir die Rüstung von dem bekommen Wären wir OP gewesen Ja, aber Rüstung ist nicht alles in Sky Wars, weißt? Achso, okay Es reicht ein Knockback-Stick Und dann klatschen wir ihn einfach weg Und fertig Ich hab schon mal nur mit einem Knockback-Stick gewonnen Keinen getötet Alle nur runtergeschmissen Okay, das merken wir uns Und das wird die Challenge für die nächste Runde Ist mir jetzt einfach so... Die nächste Runde bei dir auf dem Kanal Aber wir spielen hier noch zu Ende Okay, machen wir Machen wir, ne? Wir bringen die Challenge auf dem Kanal Die Challenge, okay Okay Es wird vorbei, meine Freunde Leute nicht töten, nur runterschmeißen Ah, dann bräuchtest du das Knüppel-Kit, ey Ja, egal, ich mach mir so einen Knüppel Hä, warum? Du hast schon einen Knüppel in der Hose, ey Da sitzt nur noch einen Knüppel drin, oder? Was ist denn im Knüppel-Kit so besonders? Ja, du hast halt einen Knüppel, wo du, ähm, Knockback drauf hast Und damit kannst du die Leute schön runterklatschen, weißt? Okay Oh, das hat ne Dier-Rumse Hat da gerade jemand angeschrieben, so Tom Ich so, yes Es so, nein Wenn er etwas schreibt, ich mag dich Sorry, I can't understand you Okay, ich teamen die Haben die sich nicht gerade geschlagen Englisch, please I'm Bom Wasch, ja Ja, genau Nein, der hat ein Feuer-Aspekt-Schwert Okay, ich bin tot Ich bin gleich tot Also, du hast ihn fast geholt, ne? Du hast ihn fast geholt, ne? Komm, 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 bitte, Entepelle Uuuuuhu Alter, du hast so ein unglaubliches Glück Uuuuuhu Komm, 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 komm Bevor der herkommt Oh, der hat gesehen, dass ich Knüppel hab, Alter Ich hatte einen angeschrieben, so Tom Ich so, yes Der hat meinen decken Knüppel gesehen Ich hatte einen angeschrieben, ich so, dass er Tom Ich so, yes Ich so, und dann hat er so geschrieben Ich mag dich Ich so, sorry English, please I'm from Russia Und dann schreibt der I love you I love you Okay Banks Banks, er hat nur zehn Blöcke Was soll ich machen? Was willst du tun? Das gab's doch auch mal Ja, alter Oldschool Shit Oldschool YouTube Shit, ey Was willst du spielen, du? Nehmt ihr gerade auf? Weil ihr stimmt auch nicht Ne, wir nehmen gerade nicht auf Kannst du ihn ja mal lieb grüßen im Video Ich, ja Ich grüße dich XX Dejan XX XX Dejan Sorry, I'm from Russia English, please I'm from Russia Und dann schreibt er Nehmt ihr gerade auf Nö Komm, 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 komm Oh mein Gott Alter, nee Nicht dein Ernst, Alter Rennt da da unten rein Ich geh da nicht rein Gott, vergess dich Komm nicht da rein zu dir, Alter Doch Da hab ich ein Problem Der baut sich hoch Der baut sich hoch, kann man Ja, ich glaub, der kommt hinter dir Pass auf, pass auf, der hat es durchgebracht Ich seh's, ich seh's, ich seh's Nein, Opfer Baut der sich raus? Ja Ja, häng fest, jetzt hast du Nee, schade, zu früh So, ich hab'n gekombo'd mit nem Schwert, Alter Schwert-Kombo des Todes Der hat ne Ender-Pferde? Alles klar Nein, du Hurensohre Äh, was hab' ich gesagt? Ne, ich hab doch nicht Also, Huren, Eier, 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 Eier Boah, schaff' ich den Sprung, Alter? Ja, das ist doch nichts Ja, das ist doch nichts Ich glaub, der ist ein Vierer-Sprung, ey Ich glaub, ich schaff' den nicht Was, der versucht, ne? Meint er hier ernsthaft? Nee Nee In der Mitte stehen noch zwei Hm, und die sind Full-Dier Der hat so ne... Oh, nein! Nein, 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 nein! Oh mein Gott! Alter Kann er mal sterben, wie oft hab' ich den mit nem Schwert schon geschlagen, ey Ich hab'n halbes Herz, ich bin tot Leute, ich würd' mal sagen, wir haben drei Runden schön verkackt Beim Tom gibt's jetzt die Challenge, wir töten die Leute nur mit runterschmeißen und schaut auf jeden Fall beim Tom vorbei, ähm... Ja, bis bald Tschüss Sag Tschüss Abonniert mich! Ja! Alter Ja! Das hätt' ich sagen müssen Ja, mach noch Mach das Bitte, bitte abonnieren mich Der Link ist in der Videobeschreibung, meine Freunde Das ist der Link in der Videobeschreibung Hihihi Du musst ja sein, Mann! Achso, ja! Haha Danke, ja! Und Herr Kollege begann... Achso, ja! iffer Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.